Routing und Jailbreaking Was ist eigentlich Routing und Jailbreaking? Routing und Jailbreaking sind Methoden, um auf seinem Smartphone alternative Betriebssysteme zu installieren und mehr Zugriffsrechte und Einstellungsmöglichkeiten zu erhalten. Routing bezeichnet den Vorgang auf Android-Geräten, bei dem man sich selbst durch eine Lücke im System zum Root, also dem Hauptadministrator des Gerätes macht. Jailbreaking bezeichnet denselben Vorgang, allerdings für Apple-Geräte. Der Prozess läuft dabei bei beiden Varianten relativ identisch ab. Ziel von beiden Manipulationen ist das Erlangen von höheren Rechten auf dem jeweiligen System. Anschließend können bei Android z.B. Custom-Roms wie CyanogenMod oder Lineage OS verwendet werden. Bei iOS-Geräten erlaubt ein Jailbreak den Zugriff auf alternative App-Stores wie Cydia. Eine solche Manipulation ermöglicht es allerdings auch Schadprogrammen und Angreifern leichter in das System zu gelangen. Viele Unternehmen setzen daher bei ihren Mobile-Device-Management-Programmen auf ein striktes Verbot von gerouteten oder gejailbreakten Geräten.